Sagittarius A-Stern heißt das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie. Gigantisch groß, alles verschlingend und dabei ganz und gar unsichtbar. Ein schwarzes Loch ist eine Stelle im Raum, die so viel Material beinhaltet, dass die Schwerkraft unglaublich stark wird. Und zwar wird die Schwerkraft so stark, dass nicht einmal mehr das Licht entkommen kann. Noch vor wenigen Jahrzehnten waren schwarze Löcher rein theoretische Konstrukte. Eine Sache, die ich nicht sehen kann, kann ich ja auch vielleicht irgendwie nicht nachweisen, aber das stimmt nicht ganz. Wenn wir die Sterne im Zentrum unserer Galaxie beobachten, dann beobachten wir Sterne, die sich um einen Bereich herum bewegen, so wie sich zum Beispiel die Planeten bei uns um die Sonne bewegen, aber den Mittelpunkt, um den sie sich bewegen, den sieht man nicht. Man kann aber aus der Bewegung der Sterne sich ausrechnen, wie schwer dieses Massenzentrum ist, um das sie sich bewegen. Die schärfsten Augen der Astronomen befinden sich im All, so wie das Hubble-Weltraumteleskop. Schwarze Löcher kann man nicht direkt beobachten, doch sie üben einen deutlichen Einfluss auf ihre Umgebung aus. Und diese Effekte können Astronomen und Astrophysiker verfolgen und auswerten. Es gibt sehr verschiedene schwarze Löcher, es gibt welche, die sind etwa so schwer wie unsere Sonne oder vielleicht zehnmal so schwer. Diese schwarzen Löcher entstehen am Ende des Lebens von Sternen, und zwar bei sogenannten Supernova-Explosionen. Und in diesen Explosionen wirft ein Stern eine große Menge an Material ab, das sieht man dann als Explosion. Und im Zentrum bleibt ein schwarzes Loch übrig. Dieses schwarze Loch hat dann meistens fünf Sonnenmassen, zehn Sonnenmassen oder so. Der Leichnam eines Sterns, unendlich klein, zusammengedrückt zu nichts. Es gibt aber auch noch eine ganz andere Spezies von schwarzen Löchern, und die finden wir in den Zentren von Galaxien, wie unserer eigenen Milchstraße zum Beispiel. Und diese schwarzen Löcher, die wiegen Millionen bis Milliarden von Sonnenmassen. Das schwarze Loch im Mittelpunkt unserer Milchstraße ist eine kosmische Besonderheit, aber kein Zufallsprodukt. Man vermutet heutzutage sogar, dass im Zentrum einer jeden Galaxie sich ein supermassives schwarzes Loch befindet und die Galaxie möglicherweise sogar stabilisiert. Schwarze Löcher regen unsere Fantasie an. Und die von Hollywood-Regisseuren. Die Reise zu einem schwarzen Loch ist der Aufbruch zu einer Grenzzone unseres Wissens. Wie wir gesehen haben, erzeugt ein schwarzes Loch eine gigantische Anziehungskraft. Die Frage ist nur, wie kann das sein? Nun, dazu müssen wir uns in die Gehirnwindungen Einsteins ein wenig hineindenken. Stellen wir uns mal vor, unser Universum wäre ein zweidimensionaler Raum, also eine Tischplatte. Und darauf legen wir eine Gummischeibe, eine Gummimatte. Wenn wir jetzt auf diese Gummimatte eine riesige Masse bringen, und das zeigt jetzt dieser große Ball, das soll die Masse der Sonne sein, dann krümmt unter der Schwerkraft diese Masse den Raum. Stellen Sie sich vor, das wäre jetzt diese Gummimatte. Tatsächlich dehnt die Masse diesen Raum. Wenn wir jetzt in diesen krümmten Raum die Erde bringen, und das ist hier unsere Erde, dann ist die Gravitationskraft nichts anderes als die gespürte Raumkrümmung in Richtung des Trichters. Ich male das mal ein. Das heißt, das ist die Gravitation. Sie sehen, das ist die Zunahme der Krümmung. Tatsächlich fällt die Erde da nicht so einfach rein. Denn stellen Sie sich vor, Sie haben eine Murmel, die auf dieser Tischplatte läuft. Dann ist zum Beispiel die Anfangsbewegung in der Richtung. Und dann bewegt sich diese Murmel auf dieser gekrümmten Tischplatte im Kreis. An jedem Punkt dieser Bahn spürt die Murmel die Kraft nach innen. Das sind jetzt diese Gravitationskräfte, die jetzt nach innen weisen. Ja, und damit haben wir die Bewegung, die nichts anderes ist, eben als die Bewegung auf diesem gekrümmten Raum. Übrigens, nicht nur der Raum ist gekrümmt, auch die Zeit ist mit dem Raum gekrümmt. Und deswegen sprechen wir immer von der gekrümmten Raumzeit. In der Realität ist das ja noch viel komplizierter. Denn wir haben ja nicht einen zweidimensionalen Raum, sondern einen dreidimensionalen Raum. Sie müssen sich diese Raumzeitstauchung also nicht nur in der Ebene vorstellen, sondern in allen Richtungen. Und deswegen kann so eine Erde nicht nur in einer Ebene um die Sonne kreisen, sondern in allen möglichen Richtungen. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, diese Sonne wäre nicht die Sonne, sondern ein schwarzes Loch. Also Millionen von Sonnenmassen. Und dann ist natürlich klar, dass die Raumkrümmung gigantisch ist. Das heißt, die Raumkrümmung und damit die Gravitationskraft ist so gigantisch, dass sie direkt nach unten weisen. Wenn ich jetzt also eine Masse hier reinbringe, dann stürzt tatsächlich diese Masse praktisch direkt rein. Sie hat nicht die geringste Chance, wieder rauszukommen. Und diese Kraft, diese Raumkrümmung ist so gigantisch, dass selbst ein Photon, und das male ich jetzt auch mal ein, nehmen wir an, das ist ein Photon. Diese Kraft sieht. Warum kann ein Lichtteilchen, ein Photon diese Kraft sehen? Nun, ein Photon hat eine Energie. Gemäß I gleich m mal c Quadrat entspricht das einer Masse. Und genau an diese äquivalente Masse greift die Gravitationskraft, spricht Raumkrümmung an. Also selbst ein Photon kreist irgendwann mal um dieses schwarze Loch und fällt auch in das schwarze Loch hinein. Photonen, Lichtteilchen, fallen durch die Raumkrümmung in das schwarze Loch. Und deswegen ist ein schwarzes Loch pechschwarz. Es ist die kompakteste Form von Materie, die es gibt, die wir uns überhaupt vorstellen können. 1974 wurde im Mittelpunkt unserer Galaxie eine starke Radioquelle entdeckt. Sagittarius A-Stern. Doch der Nachweis, dass sich dort ein schwarzes Loch befindet, gelang erst in den 90er Jahren, nach mehrjähriger Beobachtung. Die Rückschlüsse auf das schwarze Loch bekomme ich dadurch, dass ich Materie, die sich drumherum befindet, beobachte. Und was sie da macht, was für Bahnen existieren dort. Und daraus kann ich dann messen, wie schwer das schwarze Loch im Zentrum ist. Im Jahr 2011 entdecken Astronomen eine Gaswolke, die sich auf das schwarze Loch in der Mitte unserer Milchstraße zubewegt. G2 wird die Wolke getauft. Mit Spannung erwarten die Wissenschaftler, ob die Wolke gefressen wird. Doch den Vorbeiflug im Jahr 2014 überlebt die Wolke. Wir haben eine Gaswolke entdeckt und wir sehen wunderschön, wie dieses Objekt um das schwarze Loch herumfällt. Allerdings ist es eben kein Stern, der kompakt ist, sondern eine zerfletterte Gaswolke. Und was wir sehen, ist, dass das schwarze Loch diese Gaswolke also in die Länge zieht. Das sind die Gezeitenkräfte. Das ist genau die gleiche Kraft, die auch zum Beispiel die Gezeiten auf der Erde verursacht. Die also eine differenzielle Kraft, dass die Vorderseite stärker angezogen wird als die Rückseite. Das führt dazu, dass die Objekte auseinandergezogen werden. Schwarze Löcher sind Gravitationsmonster, die alles in ihrer Umgebung in sich hineinsaugen. Die Gefahr für die Menschheit ist dennoch mehr als gering. Wir leben in einem Hinterhof des Kosmos, weit weg vom nächsten schwarzen Loch. Schwarze Löcher in unserer Nähe sind eigentlich nicht vorhanden, sodass schwarze Löcher keine große Bedrohung für die Erde darstellen. Der Blick ins All ist eine Urerfahrung des Menschen. Die kosmischen Entfernungen für ihn kaum fassbar. Es ist eine Ahnung von Unendlichkeit. Unser schwarzes Loch ist im Zentrum der Milchstraße 26.000 Lichtjahre von uns entfernt. Mit unseren heutigen Raumschiffen wären wir Tausende von Jahren natürlich davon entfernt. Man muss mir denken, 26.000 Lichtjahre, selbst wenn wir 10 Prozent der Lichtgeschwindigkeit erreichen würden, dann wären wir 260.000 Jahre unterwegs, um da hinzukommen. Doch selbst wenn wir uns mit voller Lichtgeschwindigkeit durch den Raum bewegen könnten, die Reise würde 2600 Jahre dauern. Eine Zeitspanne von den frühen Kelten bis ins Informationszeitalter. Über 100 Generationen müssten auf einem mit Lichtgeschwindigkeit fliegenden Raumschiff sterben und geboren werden, bis das Ziel endlich erreicht ist. Und mit nur einem Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit begäbe sich die Menschheit auf eine schier endlose Reise durch das schwarze Nichts. Die Nebenwirkungen einer solchen Reise wären auf den ersten, sagen wir mal, 25.999 Lichtjahren relativ unspektakulär. Das wäre einfach nur langweilig. Aber dann, wenn man in die Nähe des schwarzen Loches käme, dann fängt es dann plötzlich an, spannend zu werden. In der Nähe des Ereignishorizonts würde natürlich der Zeitablauf verändert werden. Die sogenannte Raumzeit ist da stark verändert. Und wenn jemand von außen gucken würde, hätte er das Gefühl, dass wir nie diesen Ereignishorizont, also nie dicht an das schwarze Loch rankommen. Das am weitesten entfernte Objekt, das wir bisher im All besucht haben, ist unser Mond. Ein winziger Schritt in den Weiten des Universums. Kann ein Mensch die Distanz bis zu einem schwarzen Loch überhaupt überbrücken? Die Entfernung von uns bis zum schwarzen Loch, also bis zur Mitte unserer Milchstraße, sind also etwa 30.000 Lichtjahre. Das heißt, selbst das Licht bräuchte 30.000 Jahre, um von hier dorthin zu kommen. Wir kennen keinerlei Raketentechnologie, die das in irgendeiner vernünftigen Zeit schaffen würde. Aber stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten eine Rakete, die könnte Lichtgeschwindigkeit fliegen. Wie sehe sowas aus? Nun würden Sie sagen, wir bräuchten 30.000 Jahre, um dorthin zu kommen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Einstein hat im Jahre 1905 in einer berühmten Veröffentlichung gezeigt, wenn man schnell fliegt, und zwar fast mit Lichtgeschwindigkeit, dehnt sich Raum und Zeit. Und zwar genauso wie mit der Gravitation. Mit anderen Worten, ich bräuchte gar nicht 30.000 Jahre, um bis zum schwarzen Loch zu kommen. Für mich wäre das eine kürzere Zeit, vielleicht nur 10 oder 20 Jahre. Also innerhalb meines Lebens könnte ich bis zum schwarzen Loch fliegen. Ist das nicht toll? Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich würde wieder zurückfliegen. Ich bräuchte also wieder 20 Jahre zurück. Und stellen wir uns dazu vor, ich hätte einen Zwillingsbruder. Als ich losflog, war der vielleicht 20 Jahre alt. Ich auch. Ich komme nach 40 Jahren zurück. Ich bin 60 Jahre alt. Was hat mein Zwillingsbruder erlebt? Nun, 30.000 Jahre hin, 30 zurück. Nach seiner Zeit sind 60.000 Jahre. Der lebt ja schon gar nicht mehr. Was also wirklich passiert ist, ich habe eine Reise in die Zukunft der Erde gemacht. Das ist die Bedeutung der speziellen Relativitätstheorie von Einstein. Sie lässt Zeitreisen in die Zukunft zu. So wäre jede interstellare Reise nicht nur eine Reise durch den Raum, sondern auch eine durch die Zeit. Der Mensch auf dem Weg zum Mittelpunkt der Galaxie ist ein Raumzeitreisender. Eine Reise in die Vergangenheit lässt Albert Einsteins Relativitätstheorie allerdings nicht zu. Zu den am hellsten leuchtenden Objekten des Universums zählen Quasare. Und jeder Quasar verbirgt im Inneren ein superschweres schwarzes Loch. Wenn Sie ein schwarzes Loch suchen, suchen Sie nach etwas, was sehr viel futtert, also was sehr viel frisst. Bei diesem Herabstürzen auf das schwarze Loch erhitzt sich das Material so stark, dass es extrem hell leuchtet. Und es kann so hell leuchten, dass es also heller leuchtet als eine ganze Galaxie. Und diese Objekte heißen Quasare, das ist quasi stellar, also fast sternförmig. Das ist einfach, wie sie im Teleskop aussehen. Das sind sozusagen punktförmige Zentren von Galaxien, die eben sehr, sehr hell sind. Wie Leuchttürme markieren sie Fixpunkte in der Unendlichkeit des Alls? Quasare sind Galaxienkerne, die extrem hell leuchten. Das heißt also, solche Quasare sind schon bestimmte Punkte im Universum. Die sind schon wichtige, ja, ich würde fast sagen Leuchtfeuer. Uns erscheinen sie nur wie Punkte, weil die so weit weg von uns sind, dass wir da sozusagen nicht hinfliegen können. Aber im Prinzip ist es schon so, so ein Quasar ist etwas, was einen bestimmten Punkt markiert und den kann man eigentlich als Orientierung nutzen. Entdeckt man einen Quasar, so hat man also ein schwarzes Loch gefunden. Es gibt aber auch schwarze Löcher, die keine Strahlung aussenden und so völlig unsichtbar bleiben. Die andere Variante ist, sie suchen nach der Schwerkraft. Und das ist natürlich das Systematischere. In dem einen Fall hängen sie davon ab, ob jetzt gerade zufällig dieses schwarze Loch was zu essen kriegt. Wenn sie nach der Schwerkraft suchen, die ist immer vorhanden. Das heißt, wenn sie die Schwerkraftwirkung des schwarzen Loches sehen, dann haben sie sicher eins nachgewiesen. Doch gerade dann, wenn ein schwarzes Loch Materie verschlingt, hinterlässt es deutliche Spuren, die Wissenschaftler entdecken und auswerten können. Man hat ein stellares schwarzes Loch und da daneben zum Beispiel ein roter Riese. Und dann wurde eben halt ein Teil von dem roten Riesen, beziehungsweise von der Aggressionsscheibe dann in das schwarze Loch aufgefressen. Und dann entstehen sogenannte Röntgenflares zum Beispiel. Also dieses aufgeheizte Material fällt in das schwarze Loch rein. In einer sehr kurzen Zeit. Aber es wird auf einmal wahnsinnig hell innerhalb von einer kurzen Zeit. Von Minuten bis Stunden. Und das kann man überwarten. 1999 startet das Space Shuttle Columbia Richtung All. An Bord das Röntgenteleskop Chandra. Eine Zeitmaschine. Das Teleskop blickt tief zurück in die Vergangenheit des Universums. Es registriert die Strahlung, die Quasare vor mehr als 10 Milliarden Jahren ausgesendet haben. Und beobachtet das Verhalten von schwarzen Löchern. Bis heute liefert Chandra Bilder von Sternen, die explodieren und zu schwarzen Löchern zusammenfallen. Im Jahr 2012 platziert die NASA mit dem Röntgenteleskop New Star ein weiteres Auge im All. Mit einer zehnmal höheren Auflösung als Chandra soll New Star den Weltraum nach Röntgenquellen absuchen. Und dabei eine systematische Bestandsaufnahme der schwarzen Löcher im All liefern. Wir leben in einem goldenen Zeitalter der Astronomie. Die Wissenschaftler befinden sich auf einer nicht enden wollenden Entdeckungsreise bis an die Grenzen unseres Universums und darüber hinaus. Es ist auch eine Reise an die Grenzen unseres Wissens auf der Suche nach dem Bauplan des Ganzen. Und in immer kürzeren Zeitabständen gewinnen wir neue Erkenntnisse. Doch auf die Frage, was in einem schwarzen Loch geschieht, gibt es noch keine Antworten. Dieses Rätsel beschäftigt die Physiker seit Jahrzehnten. Wir wollen unserer Neugierde folgen und wollen mit unseren eigenen Augen sehen. Wir machen uns auf die Reise zum schwarzen Loch im Mittelpunkt unserer Milchstraße. Es ist ein Gedankenspiel. Die Entfernung spielt keine Rolle und auch nicht die Dauer der Reise. Die Entdecker folgen den Gravitationslinien im All. Doch was erwartet die Forscher am Rand des materiefressenden Abgrunds? Und welchen Phänomenen begegnen sie auf ihrer Reise durch das Universum? Eine spannende Frage ist, was wirklich passiert, wenn man mit so einem Raumschiff fast mit Lichtgeschwindigkeit fliegen würde und dann würde man rausgucken. Würde man zum Beispiel die Sterne immer noch als Kugeln sehen? Die Sterne sind ja so kugelförmige Objekte, die Planeten auch. Würde man die immer noch als Kugeln sehen? Und die überraschende Antwort lautet ja. Und zwar, weil es die Relativitätstheorie gibt. Wenn es die Relativitätstheorie nicht gäbe, dann wäre es nämlich so, wenn wir an den Sternen vorbeisausen würden, dann würden wir so Zigarren sehen. Wir würden die auseinandergedehnt sehen. Aber gerade weil es die Relativitätstheorie gibt, sehen wir, wenn wir rausgucken, einfach nur Kugeln. Wenn wir an unserer Sonne mit fast Lichtgeschwindigkeit vorbeifliegen, würden wir so eine richtig schöne Kugel sehen. Also hier hat uns vielleicht schon der liebe Gott auf das Reisen vorbereitet. Denn die Relativitätstheorie, die sorgt dafür, dass aus Kugeln wieder Kugeln werden. Das Problem ist natürlich nur, wenn man sich schnell bewegt, dann wird das Gesichtsfeld immer weiter eingeengt. Also dann scheint plötzlich nur noch das Licht von vorne zu kommen. Und je schneller man sich bewegt, desto enger wird das Gesichtsfeld. Man kann das auch mit Simulationen wirklich zeigen, dass das so ist. Das heißt, am Ende kann ich dann auch nur noch nach vorne gucken. Also das ist sozusagen so ein bisschen der Punkt. Wenn ich dann fast mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs bin, dann kann ich auch wirklich nur noch so nach vorne gucken und sehe die Welt quasi, wie sie von vorne auf mich zukommt. In Science-Fiction-Filmen spüren die Weltraumreisenden die Beschleunigung nicht nur, sie sehen sie auch. Diese Star-Wars-Animationen, die ganz toll zeigen, wie da die Sterne alle zu strichen werden, weil mit dem Warp-Antrieb losgeflogen wird. Ich glaube nicht, dass es so aussieht. Bei einem Flug zum Mittelpunkt unserer Galaxie gäbe es gar keinen direkten Ausblick. Das Raumschiff müsste massiv gepanzert sein. Dann wäre es halt das Problem, dass dort alles doppler verschoben wird. Das heißt, das Licht ausgesendet wird, was vielleicht optisches Infrarotlicht zum Beispiel ist, das wird auf einmal bis in den Röntgen- und den Gamma-Bereich gehen. Und dann würde ich wieder nichts sehen können, weil entweder wäre ich sehr schnell tot oder ich versperre mir die Sicht, weil ich mich vor der Gamma-Strahlung schützen möchte. In seiner allgemeinen Relativitätstheorie sagt Albert Einstein, dass Gravitation den Raum krümmt und so selbst Lichtstrahlen abgelenkt werden. Das Licht wird um einen Körper herumgebogen, wenn er denn nur schwer genug ist. Große Massen, und das bedeutet insbesondere schwarze Löcher, können also Strahlen krümmen. Das will uns ja gar nicht in den Kopf, wie können Strahlen krumm sein. Doch, doch, das geht tatsächlich und da gibt es ganz bizarre Beispiele, die zeigen, wie das geht. Und das berühmteste Beispiel ist Hubble Smiley. Schauen wir uns das mal an. Was wir hier sehen, ein Hubble-Bild, hier sehen Sie verschiedene Punkte und jedes dieser Punkte ist eine ganze Galaxie. Also in jedem Punkt etwa 100 Milliarden Sterne. Und hier sehen Sie ein Gesicht, zwei Augen, zwei Galaxien, eine Nasengalaxie. Das hier, dieser Ring, das ist allerdings keine Galaxie. Wir werden gleich sehen, was es ist. Und hier außen dieser Kreis, das ist der Rand des Gesichtes. Der entscheidende Punkt an dem Bild ist allerdings dieser kleine Punkt, den Sie hier sehen in der Mitte. Das ist eine ziemlich große Galaxie, die allerdings sehr weit weg ist. Sie hat eine riesige, gigantische Masse. Hinter der Galaxie, noch weiter weg, steht ein Stern, dessen Licht geht an dieser Galaxie vorbei und wird so gekrümmt, dass wir hier diese Kreise sehen. Diesen Effekt nennt man Gravitationslinseneffekt. Um den jetzt besser zu verstehen, müssen wir uns das ganze Bild von der Seite anschauen. Dieselbe Situation jetzt allerdings rangesoomt an diese ganz kleine Galaxie, jetzt als große Galaxie gesehen. Hier sehen Sie sie, das ist die Galaxie und mittendrin ein schwarzes Loch. Das ist dieses Kreuz. Was passiert? Nun, wir haben im Hintergrund diesen Stern. Wir als Zuschauer sind etwa hier. Wir schauen also über das schwarze Loch und Galaxie zum Stern. Was können wir sehen? Nun, der Stern sendet sein Licht aus. Das geht allerdings nicht gerade an der Galaxie vorbei, sondern wird in unser Auge gekrümmt. Und das in alle Richtungen. Das heißt, wenn ich jetzt eine andere Richtung einschlage, hier rum in unser Auge. Und das müssen Sie sich jetzt dreidimensional vorstellen. Was macht unser Auge? Was denkt es? Nun, wir denken, der Lichtstrahl kommt geradlinig von diesem Punkt. Oder umgekehrt, geradlinig von diesem Punkt. Tatsächlich, da alle Strahlen kreisförmig um die Galaxie kommen, sieht es so aus, als hätten wir einen Ring um diese ganze Galaxie. Wie in der Relativitätstheorie beschrieben, bewegt sich das Licht auf der gekrümmten Raumzeit. Das sichtbar werdende Phänomen wird Einsteinring genannt. Könnte man diesen Effekt auch benutzen, um isolierte schwarze Löcher zu sehen? Wir wissen ja, Millionen von denen müsste es in unserer Milchstraße geben. Ja, im Prinzip schon. Denn dann wäre an dieser Stelle kein heller Lichtpunkt, sondern gar nichts. Das reine, nackte, schwarze Loch. Und wir würden dann nur so einen Ring sehen. Das wäre ein eindeutiger Hinweis. Da ist ein isoliertes, schwarzes Loch. Je näher wir uns dem schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie nähern, umso mehr wirkt seine Gravitation auf uns. Wir tauchen ein in eine Welt aus gekrümmtem Raum und verbogener Zeit. Während sich unser Raumschiff auf den Ereignishorizont zubewegt, vergeht für uns an Bord die Zeit ganz normal. Die Gravitation wirkt sich auf uns genauso aus wie auf unsere Umgebung. Doch die Zeit, in der wir uns bewegen, dehnt sich immer weiter. Sekunden werden zu Jahren und dann zu Jahrhunderten. Das schwarze Loch sehen wir nicht, aber wir spüren es. Beim schwarzen Loch ist es ja so, dass das Licht sich nicht von diesem schwarzen Loch entfernen kann. Das heißt, ich würde niemals das schwarze Loch sehen. Ich würde immer nur das schwarze Loch spüren können durch die Gravitation, die das schwarze Loch auf mich ausübt. Insofern hätte ich jetzt hier nichts Besonderes zu befürchten. Ich würde natürlich immer erwarten, dass ich da jetzt einen Stern sehe, weil ich messe ja Gravitation, dann kenne ich ja nur einen Stern. Aber ich fliege auf etwas zu, was Gravitation ausübt, was aber einfach nur so schwarz wäre wie der restliche Weltraum. Wir würden vermutlich sehen, dass, wenn wir das schwarze Loch wirklich sehen könnten, würden wir einen Schatten sehen, einen großen schwarzen Schatten. Die beste Darstellung dazu war vor nicht zu langer Zeit im Kino. Der Film Interstellar hat ja ein schwarzes Loch gehabt. Und man muss sagen, dass also dieses schwarze Loch, was da gezeigt wurde, das wurde wirklich von Wissenschaftlern berechnet, wie das auszusehen hat. Das war also nicht die Fantasie eines Regisseurs, sondern das war eben wirklich die Relativitätstheorie, die Physiker angewendet haben, um das zu rechnen. Man sieht also einen Schatten und drumherum, um diesen Schatten herum, sieht man vermutlich einen relativ hellen Lichtring. Das ist sozusagen das Licht, was um das schwarze Loch herum gelenkt wird und dann auf einen trifft. Das schwarze Loch krümmt den Raum um sich herum so stark, dass es wie eine Linse wirkt. Und man sieht also diese Effekte der Linse. Schwarze Löcher bringen unsere Vorstellungskraft an ihre Grenzen. Doch bis zu ihrem Ereignishorizont erklärt die Physik jedes Phänomen. Gravitation übt jedes schwarze Loch aus. Es ist letztlich das Gleiche wie mit unserer Sonne. Wenn wir zur Sonne hinfliegen würden und uns nicht in einer Umlaufbahn bewegen, sondern einfach Antrieb abschalten und uns irgendwo vor die Sonne hinstellen, dann zieht uns die Sonne an und wir knallen in die Sonne rein. So ist es mit dem schwarzen Loch auch. Wenn ich mich da irgendwo vor das schwarze Loch setze, Antrieb abschalte, meine Geschwindigkeit ist null, dann zieht mich das Ding an und irgendwann bin ich hinter meinem eigenen Horizont und dann bin ich weg. Bei der Sonne gibt es nur kein Ereignishorizont. Da würde man dann irgendwann sehen, eine kleine Flamme, ja, wie ich in Flammen aufgehe oder sowas. Das sieht man am schwarzen Loch nicht. Aber letztlich wäre es genau das Gleiche. Strahlung verlässt das schwarze Loch mit Lichtgeschwindigkeit. Sie ist für das bloße Auge nicht sichtbar. Wenn ich jetzt aber Röntgenaugen hätte oder Radioaugen, dann wäre das schon wieder ganz anders. Dann wäre das auf einmal komplett hell und vermutlich würde ich aus der Nähe von den schwarzen Löchern so Radiojets heraussehen. Und diese solche Radioknoten, die da rauskommen, das könnte ich dann beobachten. In der Umlaufbahn um ein schwarzes Loch begegnet uns ein weiteres Phänomen. Nehmen wir mal an, ich befinde mich im schwarzen Loch und bin an einem gewissen Abstand. Dann passiert Folgendes, das nennt sich Photonenabstand. Dann fliege ich um das schwarze Loch herum und zum Beispiel, wenn ich jetzt Licht aussenden würde nach vorne, würde es einmal um das schwarze Loch herumgehen in einer geschlossenen Bahn und ich würde die ganze Zeit meinen Hinterkopf sehen. Das wäre lustig. Das ist nur einer der bizarren Effekte, die uns in den ungreifbaren Weiten des Universums erwarten. Wir sind inzwischen eine Kreisbahn um diese Kugel eingebogen. Und was sehen wir? Nun, wir schauen nach draußen und sehen, dass das Licht auf uns zukommt, aber auch die Massen, die in dieses schwarze Loch hineinfallen. Alles ist ins Bläuliche verschoben, so was nennt man eine Dopplerverschiebung oder eine Blauverschiebung, weil nämlich beim Einfall das Licht Energie gewinnt. Und daher wird es ins Blau geschoben. Also es sieht etwas irreal da draußen aus. Wir beginnen sehr schnell zu fliegen, wir nähern uns der Lichtgeschwindigkeit, haben aber immer noch einen stabilen Orbit. Das heißt, wir brauchen nichts tun und fliegen in einem Kreis um dieses schwarze Loch. Aber Achtung, jetzt kommt es. Wenn wir uns auf 30 Millionen Kilometer Abstand nähern, wird der Kreisorbit instabil. Das heißt, ein bisschen näher und wir fliegen automatisch rein. Wir können uns nur dadurch draußen halten, indem wir dagegen feuern. Bei etwa 20 Millionen Kilometer hilft auch das nichts mehr, egal was wir machen. Wir fliegen ins schwarze Loch und sind auf Nimmerwedersehen verloren. Nicht so mit dem Licht. Das Licht kann selbst bei 20 Millionen Kilometer Abstand immer noch aus diesem schwarzen Loch heraus. Deswegen können wir da noch etwas sehen. Aber wenn die Photonen, also die Lichtteilchen, diesen Ereignishorizont erreicht haben, können auch sie nichts mehr machen. Sie kreisen um das schwarze Loch und fallen dann, wenn sie ein bisschen näher kommen, in das schwarze Loch hinein. Und das ist der Grund, warum bei diesem Ereignishorizont kein Photon mehr herauskommt. Wir sehen nichts mehr und deswegen haben wir diese schwarze Kugel vor uns. Für jedes schwarze Loch gibt es eine Distanz, ab der es kein Zurückkommen mehr gibt. Die Grenze, an der das Nichts beginnt. Der einzige Abstand, den man bei einem schwarzen Loch definieren kann, ist der Ereignishorizont. Sozusagen der Vorhang. Vorher ist die Welt in Ordnung. Dahinter kann ich nichts mehr sagen. Da weiß ich gar nichts. Da verbirgt das schwarze Loch sämtliche Informationen vor mir. Jeder, der da reingefallen ist, der kann noch so laut schreien. Den werde ich nicht hören, wenn er sich hinter dem Ereignishorizont befindet. Wenn man sich hinter dem Ereignishorizont befindet, dann ist man weg. Dann ist man in jeder Richtung weg. Also man kann von außen nicht gesehen werden und man kann auch nicht rausgucken. Was mit der Materie passiert, die von schwarzen Löchern eingesogen wird, kann Ihnen keiner sagen. Diese Materie ist, als Physiker würde man sagen, weg. Auch die Information, die man vorher hatte, ist weg. Das beunruhigt Physiker deswegen, weil das nicht so sein sollte. Es verstößt dann gegen bestimmte Grundgesetze der Physik. Wenn das passiert, dann muss irgendwas mit passieren. Unsere Theorien sagen uns aber nicht, was damit passiert. Der Ereignishorizont. Eine Grenzzone. Hinter der auch alles Leben endet? Leben bedeutet ja immer, dass man Struktur irgendwie hat, die sich erhält. Und vielleicht ist die Schwerkraft letztlich doch so ein großes Malwerk, dass sie jede Struktur zerstört. Und in einem schwarzen Loch ist die Schwerkraft eben stärker als alle anderen Kräfte. Sodass also die Chancen, dass man irgendeine Lebensform in einem schwarzen Loch, würde ich für sehr gering halten. Eines der größten Probleme beim Reisen durch das Universum sind die astronomischen Entfernungen. Doch Albert Einsteins Relativitätstheorie könnte hier Abhilfe schaffen. Sie bietet eine, wenn auch theoretische Abkürzung an. Wenn schwarze Löcher Raum und Zeit krümmen, könnte man daraus dann nicht ein Wurmloch machen? Und was ist eigentlich ein Wurmloch? Nun, das schauen wir uns jetzt an. Nehmen wir uns mal einen dreidimensionalen Raum, wieder dargestellt als glatte Ebene. Und da tun wir eine große Masse rein. Sie sehen das hier. Ein schwarzes Loch. Also wir vergessen jetzt erstmal den unteren Teil. Nun, dann haben wir wieder diesen bekannten Trichter. Also hier krümmt sich der Raum bis hin zum schwarzen Loch. Und jetzt sagt Einstein, kann Folgendes passieren. Wenn dieses schwarze Loch in der Nähe, und zwar auf der anderen Seite eines Universums ist, das auch dreidimensional ist, also hier eine gerade Fläche, dann würde dieses schwarze Loch auch eine Krümmung, ein Trichter, auf der anderen Seite erzeugen. Das wäre dann ein sogenanntes schwarzes Loch. Und auf der anderen Seite ein weißes Loch. Warum weiß und schwarz? Nun, die schwarze Seite würde bewirken, dass jede Materie, sagen wir ein Raumschiff, hier reinfallen würde. Ein weißes Loch macht es genau umgekehrt. Es speit diese Masse wieder aus. Das heißt, die Masse würde hier reinfallen und auf der anderen Seite wieder herauskommen. Und damit ist natürlich klar, ein Raumschiff kann durch ein Wurmloch in einen ganz anderen Teil des Universums geraten. Selbst Einstein sagt, Wurmlöcher kann es geben. Die Frage ist, gibt es sie wirklich? Leider ist es nun so, dass wir nirgendwo im gesamten Universum irgendein Zeichen dafür gesehen haben. Ein ganz anderes Problem ist, könnte man solche Dinge überhaupt durchfliegen? Könnte man sie als Abkürzung benutzen, um aus einem Raumteil in den anderen zu kommen? Und da lautet die Antwort, nee, das wird nie und nimmer funktionieren. Warum nicht? Nun stellen wir uns vor, ein Raumschiff würde hier in dieses schwarze Loch hineinfliegen. Dann würde das Loch zipp machen. Das ist nämlich dynamisch instabil. Der untere Teil würde sich vom oberen trennen. Zurück bliebe nur noch das schwarze Loch. Und das Raumschiff wäre gefangen im schwarzen Loch. Und das war's. Doch ein Wurmloch wäre eine bequeme Art, sich viel Strecke und damit Zeit zu sparen. Ein Wurmloch wäre jetzt eine Abkürzung durch diesen gekrümmten Raum. Das kann man sich so vorstellen. Stellen Sie sich einen Apfel vor. Und Sie haben einen Wurm, der auf der Oberfläche dieses Apfels längs läuft. Dann kann der natürlich von der Oberseite des Apfels zur Unterseite außen rum laufen. Und der krabbelt da vor sich hin und kommt dann irgendwie an. Er wäre natürlich viel schneller, wenn er sich durch die Mitte durchfrisst und dann unten ankommt. Und das ist sozusagen eine Abkürzung, die der Wurm nehmen würde. Allerdings, die Oberfläche des Apfels ist etwas Zweidimensionales. Und er müsste dafür durch die dritte Dimension sich fressen. Und das ist jetzt eine Dimension höher sich vorgestellt, was wir natürlich nicht mehr können, weil unser Gehirn leider nur für dreidimensionale Räume ausgelegt ist und nicht noch für die nächste Dimension. Aber so ungefähr ist jetzt ein Wurmloch sich vorzustellen. Das ist eine Abkürzung im dreidimensionalen Raum. Theoretisch, sagt die allgemeine Relativitätstheorie, geht das. Aber diese Wurmlöcher wären nur dann stabil, wenn man eine bestimmte Form von Materie hätte, die wir noch nicht nachgewiesen haben. Nur dann wären sozusagen die Öffnungen dieser Wurmlöcher wirklich stabil. Und man hat solche Wurmlöcher noch nie im Universum nachgewiesen. Also der experimentelle Beweis, dass es die gibt, fehlt. Diese Wurmlöcher wären natürlich, wenn es sie gäbe, wären sie fantastisch. Dann könnte man die gigantischen Entfernungen des Universums natürlich sehr schnell zurücklegen. So bedient sich auch Hollywood der Wurmlöcher, um ein Reisen durch das Universum zu ermöglichen. Und auf der Suche nach dem Sinn und der Herkunft des Lebens spielt die Physik keine Rolle. Eine Fahrt in das Wurmloch hinein könnte schon relativ gefährlich sein. Also man bräuchte schon ein sehr stabiles Raumschiff, denn auch da müsste man die Raumzeit wieder extrem aufbiegen. Und aufbiegen der Raumzeit heißt immer starke Gravitationskräfte auf relativ kurzer Distanz. Und das könnte mich wieder auseinanderreißen. Ich müsste also ein sehr stabiles Raumschiff fahren. Doch Wurmlöcher sind nur ein Theorem der Astrophysik. So etwas gibt es im Moment nicht. Das kann man sich vorstellen, solche Ideen kann man haben. Wir haben aber an keiner Stelle im Universum einen Hinweis darauf, dass es Wurmlöcher gibt. 2018 startet ein neuer Himmelsspion, das James-Webb-Weltraumteleskop. Anderthalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt soll es im All schweben. Das Teleskop ist das teuerste Messinstrument, das Menschen jemals geschaffen haben. Es ist ein Gemeinschaftsprodukt der NASA, der Europäischen Weltraumagentur ESA und der kanadischen Weltraumbehörde. Sein aus 18 Segmenten zusammengesetzter Hauptspiegel misst 6,5 Meter im Durchmesser. Ein Tennisplatzgroßer Schirm soll das Teleskop vor der Sonneneinstrahlung schützen. Von seiner Umlaufbahn aus soll das Teleskop den bisher tiefsten Blick in die unendlichen Weiten des Alls werfen. Erst im Weltraum entfaltet es sich zu seiner wahren Größe. Das James-Webb-Teleskop soll bis zum Anfang unseres Universums blicken. Es soll die Entstehung von Sternen und Galaxien beobachten und untersuchen, welche Rolle schwarze Löcher im Universum spielen. Doch es ist ein Observatorium auf der Erde, mit dem Wissenschaftler ein neues Fenster zum Universum geöffnet haben. Sie beobachteten die Kollision zweier schwarzer Löcher. Die beiden Gravitationsmonster, das eine 29, das andere 36 sonnenmassenschwer, krachten ineinander und vereinigten sich zu einem schwarzen Loch. Die dabei freigesetzte Energie erschütterte die Raumzeit. Da hat es ganz schön gerumst. Zwei schwarze Löcher sind verschmolzen. Zwei schwarze Löcher sind sich sehr nahe gekommen und dann am Ende sind die verschmolzen. Und dabei ist natürlich, das waren also zwei sehr schwere Objekte, die sich dann auch noch sehr schnell bewegt haben. Und dabei werden sehr viele Gravitationswellen abgestrahlt. Und diese Gravitationswellen hat man auf der Erde nachgewiesen. Albert Einstein hatte die Existenz solcher Gravitationswellen vorausgesagt. Doch erst ein Jahrhundert später können Wissenschaftler ihre Existenz nachweisen. Am 14. September 2015 fängt ein Spezialobservatorium in den USA Gravitationswellen auf. Wir werden jetzt zum Beispiel von einer Gravitationswelle getroffen und dann fängt der Raum an zu schwingen. Und das kann ich dann mithilfe von Lasern messen, wie sich der Abstand zwischen zwei Orten verändert. Weil dieser Effekt, der ist wahnsinnig klein. Also da reden wir hier von 10 hoch minus 22 Meter. Und den muss ich ja erstmal auf mehrere Kilometer Entfernung messen können. Die Gravitationswellen waren 1,3 Milliarden Lichtjahre zu uns unterwegs. Es sind Verwerfungen im Gefüge von Raum und Zeit. Die Gravitationswellen-Astronomie verspricht einen völlig neuen Blick auf das Universum. Die Gravitationswellen sind die Boten der Gravitation. Das ist ungefähr so, wie wenn ich einen Stein in Wasser unterblumpsen lasse. Dann sehe ich auch diese Wasserwellen. So kann man sich die Gravitationswellen auch vorstellen. Die Entdeckung ist eine Sensation. Die Bedeutung ist ganz fundamental. Es war etwas, was Einstein vorhergesagt hat. Und man konnte das bisher nur indirekt nachweisen. Wenn man die direkte nachweist, der hat noch so gefehlt. Und deswegen ist das von der Fundamentalen, nicht nur von der Astronomie, sondern auch von der Physik her, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das gefunden wurde. Durch die Beobachtungen sollen auch die schwarzen Löcher weiter erforscht werden. Vermutlich sind es auch die schwarzen Löcher, die in den Zentren von den Galaxien sitzen, die letztlich regulieren, wie viel Material hineinkommt und wie stark Sterne in einer Galaxie entstehen können. Das heißt also, dieses schwarze Loch ist so etwas wie eine Rückkopplung, ein Feedback für die Sternentstehung in Galaxien. Das heißt, schwarze Löcher sind womöglich Regulatoren für die Sternentstehungsgeschichte im Universum. Der Nachweis der Gravitationswellen ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zur Erkenntnis. Bisher konnten nur Licht- und Radiowellen beobachtet werden. Und der größte Teil des Kosmos gibt überhaupt keine Strahlung ab. Die Gravitation hingegen wirkt überall. Es zeigt, dass unsere Theorien stimmen eigentlich, dass ein Scheinrecht hatte. Dass nämlich die Gesetze, die wir haben von der Natur, dass die stimmen müssen einfach. Sagittarius A-Stern, das supermassive schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße, ist etwa 26.000 Lichtjahre von uns entfernt. Aber die Wissenschaft vermutet zahlreiche kleinere schwarze Löcher, die uns wesentlich näher sind. Doch unsere Erde verfolgt weiterhin brav ihre Bahn im Sonnensystem. Auf der Erde muss man davor keine Angst haben, glaube ich. Also selbst das, was angeblich im LHC zum Beispiel passieren soll, dass da ganz kleine schwarze Löcher entstehen würden. Und dass man das deswegen nicht anschalten darf, das ist Quatsch. Der LHC ist der mächtigste Teilchenbeschleuniger der Welt. Hier werden Protonen mit Lichtgeschwindigkeit aufeinander geschossen. Als die Maschine 2008 das erste Mal angeschmissen wurde, befürchteten Skeptiker, dass der Weltuntergang bevorsteht. Mittlerweile läuft der Beschleuniger mit doppelter Leistung. Doch schwarze Löcher hat er keine erzeugt. Das, was im LHC passiert, passiert jede Sekunde in der Atmosphäre. Und wenn im LHC angeblich schwarze Löcher entstehen würden, dann würde das auch die ganze Zeit in der Atmosphäre passieren. Und offensichtlich sind wir ja noch da. Könnte man mit dem LHC schwarze Löcher erschaffen, so müsste man nicht bis zur Mitte unserer Galaxie reisen. Lohnt sich jetzt eigentlich eine Reise zum schwarzen Loch im Zentrum unserer Milchstraße? Also wenn Sie mich fragen, ich würde es sofort tun. Aus zwei Gründen. Schauen Sie, wir fliegen dahin und wir erleben Einstein in der Realität. Wir würden Gravitationslinseneffekte sehen. Wir würden vielleicht an einem schwarzen Loch oder einem Wurmloch vorbeifliegen, aber Achtung, nicht reinfliegen. Sonst käme ich dann nicht mehr lebend raus. Und dann das schwarze Loch vor mir. Der erste Mensch, der ein schwarzes Loch in Realität vor sich sieht. Ich fände das toll. Aber ich würde nicht reinfliegen, auch dann wäre ich weg. Ich würde nur einmal um das schwarze Loch rumfliegen, vielleicht zweimal und gleich wieder zurück zur Erde. Und jetzt kommt der zweite wichtige Punkt. Ich käme zurück zur Erde und es wären auf der Erde 60.000 Jahre vergangen. Ich hätte also eine echte Zeitreise in die Zukunft der Menschheit gemacht. Was gäbe es Schöneres? Geheimnisvolle schwarze Löcher. Wir entdecken immer mehr von ihnen in unserem Universum. Manche ihrer faszinierenden Geheimnisse lassen sich sogar entschlüsseln. Doch wie immer stehen die Entdecker erst am Anfang. Geheimnisvolle schwarze Löcher. Untertitelung des ZDF, 2020